In den Gängen ist Lärm. Leute schreien durcheinander. Irgendetwas scheint hervorgefallen zu sein. Wenn mich nicht alles täuscht, wird das Gefängnis langsam zu voll. Wahrscheinlich bekomme ich auch noch Gesellschaft. Tja, es wurde ja eigentlich großspurig angekündigt, uns schnell abzuurteilen. Aber damit scheint es Probleme zu geben. Gerade habe ich neue Klopfpost bekommen. Meine Nachbarn scheinen sich auch Gedanken gemacht zu haben. Ich kann Ihnen bei Ihren Spekulationen jedenfalls nicht helfen. Überhaupt, was soll das alles? Früher oder später werfen Sie unsere Überreste den Haien vor. Jetzt aber weiter. Wir machten uns im Schutz der Dunkelheit der nördlichen Slums auf den Weg zum alten Rathaus. Kajim und ich hatten in einem edlen Kaffeehaus im Stadtzentrum einen Kaffee nach dem anderen in uns hineingeschüttet. Im Gegensatz zu den anderen, denen der verschobene Tagesrhythmus noch immer zu schaffen machte, waren wir hellwach. Trottos hatte den ganzen Tag am Spieltisch verbracht, um sich abzulenken, und Teshu und Torex waren in eine Massenschlägerei verwickelt gewesen, die mit einem Streit zwischen einem Zuhälter und einem Gastwirt begonnen hatte. Es heißt, Gordia gehört einer weltumspannenden Magierorganisation an, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, alle Gossenzauberer auszumerzen, erzählte Teshu gerade. Nach den Städten des Nordbundes ist jetzt Akiara dran. Wir sagten ihm, er habe ein Problem, so wie jedes Mal. Dann schwiegen wir. Tja, und dann begannen sie mir Vorwürfe zu machen. Trottos fing damit an, und die anderen stimmten fröhlich mit ein. Ich hätte über meinen Schatten springen, nach Zafiara suchen und sie um Hilfe und Verzeihung, andersherum, bitten sollen. Sie hatten es mir unlängst nahegelegt, aber ich war ihren zurückhaltenden Bitten nicht nachgekommen. Das habe ich jetzt davon. Vielleicht hätte sie uns wirklich geholfen. Wir hielten am vereinbarten Punkt an, und Trottos sah auf seine Taschenuhr. Noch 60 Sekunden. Es wurden die längsten unseres Lebens. Dann rannten wir los. Die Patrouille in der Basaltstraße war ausgeschaltet worden, das Tor war aufgebrochen. Die ersten Gruppen mussten bereits im Einsatz sein, und als wir das Dach erklommen, hofften wir inständig, Gortja sei bereits tot. Wir bezogen Positionen, die warfen im Anschlag. Und Trottos sah auf seine Taschenuhr. Die vereinbarten zwei Minuten vergingen. Gortja musste einen der anderen Fluchtwege benutzt haben. Ob die zuständigen Gruppen ihn erledigt hatten oder nicht, konnten wir nicht einschätzen. Was soll ich sagen? Zwei Tage später haben sie mich geschnappt. Gortja hat überlebt. Angeschossen wohlgemerkt. Ich weiß leider nicht von wem. Ich bin schon ein Pechvogel. Denn so schnell können sie unmöglich meine Spur aufgenommen haben. Es war wohl einfach ein Zufall. Vermutlich eher Schicksal als Zufall. Nein, es war auch kein Schicksal. Es war Dummheit. Warum muss ich mich auch am helllichten Tage beim alten Gefängnis herumtreiben? Ich bin zu neugierig gewesen. Wollte wissen, wie sich alles entwickelte. Jetzt muss ich mich nur in meiner Zelle umgucken, um zu wissen, wohin sich alles entwickelt. So gesehen eine echte Verbesserung. Noch vor zwei Tagen haben sie hier ein... Verflucht, das war knapp. Sie kontrollieren die Zellen, da scheint vorhin doch irgendwas passiert zu sein. Und wenn mich nicht alles täuscht... Es ist viel geschehen, seitdem die Wächter in meine Zelle gestürmt sind. Und ich werde alles aufschreiben. Ich habe mich entschieden, damit weiterzumachen, weil es mir hilft, meine Gedanken zu ordnen. Keine Armee hätte diese Festung ohne größere Schwierigkeiten nehmen können. Das Gefängnis war sicher. Sogar gegen Ein-Mann-Aktionen. Bestands gerüstet. Fünf Meter dicke Mauern auf unter der Erde. Elf Türme allein in der äußeren Mauer. Fünfhundert Wächter. Wachhunde. Hinterhältige Schleicher in den dunkelsten Ecken und Gräben. Scharfschützen auf den Dächern. Schutz-Artefakte an den Toren und Türen. Magier. Und natürlich das Meer. Aber es gibt Dinge, die kann man weder vorhersehen noch einplanen. Erdbeben zum Beispiel. Als ich gerade im Begriff war, weiter zu schreiben, geriet alles in Bewegung. Putz rieselte von den Wänden. Dann wurden die Erschütterungen sehr schnell immer heftiger. Draußen war plötzlich ein ohrenbetäubendes Dröhnen zu hören. Über mir knarrten die Deckenbalken und mein Wasserkrug zerschellte auf den Boden. Ich rannte zur Tür, kauerte mich dort zusammen, hielt mir die Arme schützend über den Kopf und wartete. So schnell alles gekommen war, so schnell war es auch wieder vorbei. Ein oder zwei Sekunden saß ich bewegungslos da, dann blickte ich zur Tür. Sofort sah ich, dass das Beben sie fast aus den Armen gehoben hatte. Kurz entschlossen stand ich auf, griff mir meine Schreibutensilien, nahm Anlauf und warf mich mit aller Kraft gegen die Tür. Es ging einfacher, als ich zu hoffen gewagt hatte. Gleich beim ersten Versuch krachte ich zusammen mit der Tür auf den Flur. Ich rappelte mich auf und hielt mir die Schulter. Die Decke war teilweise eingestürzt, überall war weißer Staub. Wächter sah ich keine, jedenfalls keine Lebenden. Einer von den verfluchten Graumänteln lag mit Blut und dem Schädel am Boden. Ein fetter Ziegel hatte ihm die Weichbirne zermatscht. Schnell lief ich zu ihm hinüber und schnappte mir sein Schwert und seinen Langdolch. Dabei entdeckte ich den Schlüsselwund, den er bei sich trug. Jeder Schlüssel mit einem Winn. Am Ende des Flurs hörte ich Schrei und das Scheppern von Metall. Ohne lange zu zögern, machte ich mich daran, eine Zelle nach der anderen zu öffnen. Jetzt bekam ich auch meine Nachbarn zu Gesicht. Der Schläger aus Trabandos Bande sah so aus, wie ich ihn mir vorgestellt hatte. Kraft und Hirn wie ein Ochse. Das Dreiauge war, wie sich witzigerweise herausstellte, der Türsteher der Himbeeren. Jetzt sitze ich in einer Waffenkammer im obersten Stock der Festung und versuche nicht zu zitteren. Hier drin ist es gerammelt voll. Es gibt nichts zu trinken, es gibt nichts zu essen, es gibt keinen Ort, wo man sich erleichtern könnte. Nur Waffen gibt es hier in Hülle und Fülle. Schwert und Totschläger, Schwere, Dolche und Musketen in allen Größen. Es steht außer Frage, dass wir bald durch die Tür müssen, die wir vor kurzem hinter uns verbarrikadiert haben. Rüstungen gibt es hier natürlich auch. Eine habe auch nicht mehr angezogen, das heißt den Brustpanzer und den Helm. Der Rest war mir einfach zu schwer. Ich will ja auch noch den Arm heben können. Der ist ein Krieger, bin ich wirklich nicht. Würde mich interessieren, wie es im Rest des Gefängnisses aussieht, ob irgendwo gekämpft wird. Alles war so chaotisch. In allen Gängen rennen die Menschen und die Wächter haben sich schnell reorganisiert. Trotzdem konnten sie nicht verhindern, dass wir ihnen diese Waffenkammer hier abgenommen haben. Vier Graumäntel sind dabei von der Masse niedergemacht worden, nicht ohne vorher noch ordentlich auszuteilen. Ein Tierarzt aus dem Hangviertel kümmert sich gerade um die Verwundeten. Natürlich hoffen alle, lebend hier rauszukommen. Bei einem normalen Aufstand hätten wir nicht die geringste Chance gehabt, aber jetzt. Das Erdbeben muss in der Stadt große Schäden angerichtet haben. Wer weiß schon, was im Tiefgrund in Schwarzsegel, am Seilmarkt und unter den Hallen gerade vor sich geht. Ich bin wirklich kein Optimist, aber auch ich halte es für wahrscheinlich, dass Gordia, Söldner und die Stadt Wachen im Moment einen ganzen Haufen Probleme haben. Hat bestimmt jede Menge Tote und Verletzte gegeben. Hoffentlich geht es Zafiara gut. Wenn sie sich wieder in der Oberstadt aufgehalten hat, dann... Ich musste mich unterbrechen. Wir haben uns versammelt, um einen Schlachtplan auszuarbeiten. Das heißt, soweit das bei unserem mangelhaften Wissen über das Gefängnis überhaupt möglich war. Und jetzt wird es wohl losgehen. Ich packe mein Schreibwerkzeug ein und mache mich bereit. Wahrscheinlich ist das der letzte Eintrag. Kamu dann, Zahir. Ich packe mein Schreibwerkzeug ein und mache mich. Ich möchte mich oder drücke! Untertitelung des ZDF, 2020